Herzlich willkommen zu meinem Review-Video über die Toshiba MW2 MM20PF BK Mikrowelle. In diesem Video werde ich Ihnen alles über dieses Produkt erzählen, damit Sie eine fundierte Kaufentscheidung treffen können. Diese Mikrowelle ist elegant und kompakt gestaltet und passt perfekt in jede Küche. Mit fünf Leistungsstufen bietet sie Ihnen mehr Flexibilität in der Küche, von der Warmhaltung von Speisen bis hin zum Kochen von Flüssigkeiten. Die LED-Beleuchtung im Inneren ist energieeffizient und langlebig und bietet Ihnen eine perfekte Sicht während des Programms. Die praktischen Funktionen wie das Auftauen nach Gewichtzeit, die 35 Minuten Küchenohr, die rutschfesten Füße und der stabile Drehteller machen diese Mikrowelle zu einem unverzichtbaren Küchengerät. Mit einer Mikrowellenleistung von 800 W und den Außenmaßen von 440 x 307 und 50 x 259 mm und den Innenmaßen von 306 x 304 x 206 mm ist diese Mikrowelle perfekt für den täglichen Gebrauch geeignet. Jetzt kommen wir zu den Bewertungen. Die meisten Kunden sind mit diesem Produkt sehr zufrieden und geben ihm eine durchschnittliche Bewertung von 4,4 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, preiswerte Mikrowelle ohne Schnickschnack. Das Gerät ist formschön, leicht zu reinigen und auch einfach zu bedienen. Ich bin zufrieden und würde das Gerät wieder kaufen. Ein anderer Kunde sagt, einfach zu bedienen, alles super zu reinigen, die Knöpfe hängen auch nicht und auch die Bedienungsanleitung ist verständlich geschrieben, damit man mit dem Gerät auch was anfangen kann. Preisleistung sowie Qualität und Ausführung absolut top und wir sind echt zufrieden, kann man nur weiterempfehlen. Zusammenfassend kann ich sagen, dass die Toshiba MW2 MM20PF BK Mikrowelle ein großartiges Produkt ist, das Ihnen viele Vorteile bietet. Es ist einfach zu bedienen, leicht zu reinigen und bietet Ihnen viele praktische Funktionen. Wenn Sie auf der Suche nach einer zuverlässigen und erschwinglichen Mikrowelle sind, dann ist dies die perfekte Wahl für Sie. Klicken Sie auf den Link in der Videobeschreibung, um dieses Produkt auf Amazon zu kaufen und unterstützen Sie mich dabei, weitere großartige Videos zu produzieren. Vielen Dank fürs Zuschauen!